So, liebes Publikum, es geht weiter mit dem zweiten Panel der wirtschaftlichen Perspektive auf das Grundeinkommen. Bitte die Plätze einzunehmen. So, ich möchte für das zweite Panel kurz die Vortragenden vorstellen und Sie bitten, auf die Bühne zu kommen, damit Sie dann Ihre Keynotes ausführen können. Als erstes möchte ich begrüßen Daniel Haini. Er ist 1966 in Bern geboren. Er ist Unternehmer und Mitbegründer des Basler Kultur- und Kaffeehauses Unternehmen Mitte sowie Mitinitiator der Schweizer Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Diese kam 2016 zur Abstimmung und löste ein weltweites Medienecho aus. Der Vater von vier Kindern ist Mitbegründer der Stiftung Kultur Impuls, der Purpose Stiftung für Verantwortungseigentum, Stiftungsrat der Stiftung Revivis, Verwaltungsrat der Pneumatit AG und Mitarbeiter beim Think Tank First World Development und dem Public Secrets Ensemble. Bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich Daniel Haini. Als zweiten Keynote Speaker möchte ich Josef Bruser begrüßen. Er ist Gründer der Bruser Elektronik AG, Pionier in der Elektromobilität. Neben seiner Arbeit im Bereich Leistungselektronik und elektrischer Antriebe für Elektroautos engagiert er sich auch sozial. Aus der Überzeugung, dass eine zukunftsfähige und klimataugliche Gesellschaft nicht alleine durch technologische Maßnahmen erreichbar ist, unterstützt er gesellschaftliche Veränderungen, welche das Konzept der Lohnarbeit überwinden wollen. Daher setzt sich Josef Bruser auch für das bedingungslose Grundeinkommen ein und unterstützt weitere soziale Projekte. Herzlich willkommen Josef Bruser. Als dritten Keynote Speaker möchte ich Ihnen Florian Wackholbinger vorstellen. Er studierte Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwissenschaft und angewandte Ökonometrie, promovierte 2007 im Bereich experimentelle Ökonomik und nach der Promotion und Kurzaufenthalten beim DIB Berlin und der Johannes Kepler Uni Linz, wurde er selbstständiger Wirtschaftsforscher bei der Gesellschaft für angewandte Wirtschaftsforschung in Innsbruck. Er ist vorwiegend in der Entwicklung mikro- und makroökonomischer Simulationsmodelle tätig und hat den Umsetzungsvorschlag der Generation Grundeinkommen detailliert untersucht. Herzlich willkommen Florian Wackholbinger. Wir werden auf diesem Panel versuchen, die ökonomische Dimension des Grundeinkommens und auch des Klimaschutzes näher zu beleuchten. Und ich bitte nun Daniel Haini, mit zu seinen Ausführungen ans Pult zu kommen. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier hingekommen in den erweiterten Kantonen der Schweiz, der ein eigenes Land ist. Und vielleicht lässt sich da ja dann auch mal etwas machen, weil dieses Lichtenstein ist doch überschaubar und hat selber auch Berge. Und sehr gerne bin ich gekommen. Ich habe als erstes ein Bild mitgebracht, ihr kennt es alle. Das knüpft eigentlich auch an das erste Panel. Ja, wir müssen natürlich Bilder schaffen, wir müssen positive, konstruktive, auch verrückte, widersprechende Bilder schaffen. Und dieses Bild ist vom 4. Oktober 2013, elf Jahre her. In Bern haben wir die Unterschriften für die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen eingereicht und haben uns die Aufgabe gestellt, können wir ein Bild schaffen, das dann in den New York Times kommt. Das war so unser Jux oder auch er uns Spiel oder das, was uns herausgefordert hat. Und das ist dann tatsächlich gelungen. Und dieses Bild ging um die Welt und hat uns sofort eigentlich global mediale Öffentlichkeit verschaffen und eine entsprechende Flughöhe. Und ich möchte noch sagen, das ist ja jetzt elf Jahre her und in der Zwischenzeit ist schon sehr vieles passiert. Es hat sich sehr vieles verändert. Ich würde sagen, dass Greta Thunberg war damals gerade zehn Jahre alt. Das Thema Klima war eigentlich noch nicht so auf der Bühne, wie es heute ist. Es gab dann Paris, kam dann und dann kam die Corona-Krise. Und das möchte ich vielleicht erwähnen, das ist doch schon interessant, dass während der Corona-Krise haben wir eine Art Grundeinkommen eingeführt. Und dieses Grundeinkommen, also temporär und so, und das war an eine bestimmte Bedingung geknüpft. Und nämlich war es an diese Bedingung geknüpft, die damals noch in den Zehnerjahren der Hauptwiderspruch war, um ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt einzuführen. Es war ein Hauptgegenargument, nämlich dass die Leute doch, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, ein bedingungsloses, dass sie doch zu Hause bleiben würden und wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Und dann haben wir tatsächlich gesellschaftlich ein Grundeinkommen eingeführt, das genau an diese Bedingung geknüpft war, nämlich dass sie zu Hause bleiben und nicht arbeiten durften. Das ist so die, wie soll ich sagen, die Ironie der Zeit. Jetzt sind es heute, ich finde es eine wunderbare Verknüpfung, Klima und Grundeinkommen. Ich wurde eingeladen von den Grünen in der Schweiz, diese beiden Themen zusammenzubringen und wir haben getagt und beraten und die Grünen sind jetzt auch in Vorbereitung einer Volksinitiative, die diese beiden Themen zusammenbringt. Und der erste Punkt dabei, es geht darum, zwei Punkte miteinander zu verbinden, ist, die existenziell unabhängiger Menschen entscheiden können, desto weniger manipulierbar sind sie und umso mehr kommen sie in die Lage, sorgfältiger zu handeln und Verantwortung zu tragen. Ich glaube, das fasst so zusammen der Grundsatz fast aller Menschen, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen engagieren. Sie wollen den Menschen in die Kraft bringen, in seine Selbstbestimmung bringen. Wir wollen alle, dass der Mensch in seine Verantwortungsfähigkeit kommt. Und wenn wir Menschen haben, und das ist heute in der Breite so, die etwas tun, dass sie gar nicht entschieden haben, gar nicht freiwillig entschieden haben, ob sie das, was sie tun, tun wollen, dann ist ja die Verantwortung eigentlich nur begrenzt gegeben. Wir können ja nicht so jemanden zur Verantwortung ziehen, der etwas tut, was er eigentlich gar nicht will. Und das finde ich eigentlich der wichtigste Punkt im Grundeinkommen, dass wir durch dieses Grundeinkommen die Menschen ermächtigen zu einer Selbstermächtigung. Und deshalb ist das Grundeinkommen eigentlich immer auch ein grünes Anliegen, in die Verantwortung zu kommen und eben zum Beispiel für das Klima Verantwortung zu übernehmen. Und der zweite Punkt, auf den gehe ich jetzt dann noch näher ein, das ist, anstelle der Arbeit muss in Zukunft der Fußabdruck besteuert werden. Diese beiden Grundgedanken können das Fundament für ein neues grünes Grundeinkommen bilden. Zu einem eine konsequente Förderung der individuellen Verantwortungsfähigkeit. Zum anderen ein neuer ökologischer Steuergrundsatz für das 21. Jahrhundert. Diese Umsetzung ist einfach und transparent. Klimaschädliche Produktionen werden höher besteuert. Die Einnahmen daraus als Klimagrundeinkommen werden alle in gleicher Höhe wieder ausbezahlt. Ein ausbezahlter Steuerfreibetrag. Das ist sozialer Klimawandel. Mit einem grünen Grundeinkommen kann ein Durchbruch in der Klimadebatte gelingen. So ist so die Anlage des Gesprächs mit den Grünen in der Schweiz. Und wir haben einen Entwurf gemacht. Das könnte ja eine nächste Abstimmung sein. In der Schweiz ist ja Abstimmen etwas ganz Normales. In Deutschland muss ich das immer erklären. In der Schweiz stimmen wir über wichtige Fragen alle zusammen ab. Und das ist eigentlich wie Zähneputzen. Und das ist gar keine Unmöglichkeit. Es führt nicht unbedingt zu progressiven Entscheidungen. Es ist eher ein konservatives Ding. Aber durch die Möglichkeit, dass wir Initiativen ergreifen, können wir eben dieses Framing machen. Wir können Geschichten erzählen. Das, was im ersten Paddel ja klar eigentlich als Perspektive jetzt gegeben ist. Und so haben wir uns also gefragt, ist eigentlich der Steuergrundsatz in der Schweiz noch ein richtiger? Der ist festgehalten in der Bundesverfassung, Artikel 127. Und warum besteuern wir hauptsächlich die Leistung und nicht der Verbrauch von Leistung? Wir fragen, was könnte der richtungsweisende Grundsatz sein, Steuergrundsatz sein für das 21. Jahrhundert? Ist es noch richtig, dass belastet wird, wer die Leistung hervorbringt? Und belohnt wird, wer viel verbraucht? Wie könnte der wirtschaftliche Verbrauch und der ökologische Fußabdruck zum Maß der Besteuerung werden? Wie müsste eine progressive Verbrauchs- oder Konsumbesteuerung aussehen? Wie könnte ein sozialer Ausgleich fest in die Besteuerung eingebaut sein mit einem ausbezahlten Steuerfreibetrag? Und jetzt gehen wir da in die Bundesverfassung rein. Das ist dieser Artikel in der Schweiz, der regelt, nach welchem Grundsatz wir die Steuer erheben. Und ihr seht das im Abschnitt 2, ist es, dass man, wenn immer möglich, muss berücksichtigt werden, dass die Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ausgeübt wird. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das ist das Substrat, auf das wir gehen als Steuergrundsatz. Und nun, das würde mir natürlich sehr gefallen, man müsste eigentlich nur ein Wort ändern. Und dieses eine Wort würde eigentlich alles ändern. Es würde die ganze Sache, ich sage, vom Kopf auf die Beine stellen. Wir müssen eigentlich nur anstatt Leistungsfähigkeit in die Bundesverfassung schreiben. Ja, der Fußabdruck, also das, was Menschen entgegennehmen, was andere geleistet haben, das, was sie konsumieren, das, was sie verbrauchen, das muss neu zum Grundsatz werden der Steuererhebung. Und, deshalb hat es noch diesen roten Zusatz, dann fehlt ja, wenn man eine Konsumbesteuerung, eine Fußabdruckbesteuerung hätte, fehlt ja der Steuerfreibetrag. Und das ist eigentlich der wichtigste Gedanke im Steuerwesen, der mit dem Grunderkommen zu tun hat. Das ist nämlich der Betrag, von dem man selber nichts abgeben kann an die anderen, weil man ihn für sich selber braucht. Das ist der Steuerfreibetrag. Und das hat die Konsumbesteuerung nicht. Also, was wäre die Lösung? Wir müssen diesen Steuerfreibetrag einfach an alle auszahlen. Dann haben wir die eleganteste Form des bedingungslosen Grunderkommens. Es ist auch völlig klar, dann zu sein, dass es bedingungslos ist. Und das wäre jetzt mal so der Vorschlag für die weitere Diskussion, die ich mitgebracht habe. Können wir da mitkommen? Wie denkt ihr darüber? Ist das verständlich? Wollen wir in diese Richtung vielleicht sogar gehen? Und in Lichtenstein vielleicht ein Pilotprojekt machen? Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel Henni, für diese Ausführungen. Das finde ich schon mal sehr spannend, dass man die Perspektive öffnet. Es könnte ja allein auf der Ebene des Steuersystems in Erscheinung treten. Und die Bewusstseinsänderung folgt dann sozusagen nach. Oder eigentlich brauchen wir sie vorher, damit wir das Steuersystem ändern können. So gesehen streichen Sie es für das Protokoll. Ja, zweiter Redner heute bei uns, Josef Bruser. Ich möchte in seiner Branche ein kleines Bonment anbringen. Bitte den Ladezustand beenden. Wir bitten um Energieabgabe. Dankeschön. Ich habe keine PowerPoint vorbereitet und werde hier versuchen, eine freie Rede zu halten. Und ein bisschen aus meiner Lebenspraxis zu erzählen. Ich bin ja sozusagen ein Kind der 70er Jahre, als diese Bücher geschrieben wurden vom Club of Rome. Aber auch global 2000 an den Jimmy Carter, den amerikanischen Präsidenten. So ein dickes Buch, was da alles auf uns zukommt in der Zukunft. Und ein paar andere Bücher, Small is Beautiful von EF Schumacher oder Haben oder Sein von Erich Fromm und so weiter. Das habe ich so in den Ende 70er Jahre gelesen. Ich war da gerade im Ingenieurstudium und habe gefunden, was mache ich jetzt, wenn ich fertig bin mit Studieren? Etwas Interessantes ist mir irgendwie zu wenig. Ich will etwas Sinnvolles tun. Und die Probleme waren ja mehr als bekannt. Man hat gesehen, man muss etwas machen. Und ich habe gesehen aus Zahlen und aus diesen Büchern, in der Mobilität wird wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und zwar fossile Energie, ungefähr ein Drittel. Und das aber noch zusätzlich mit einer katastrophalen Effizienz. Also das heisst, da gibt es Luft nach oben. Und das war für mich an sich dann, habe ich mir dann auch überlegt, es bringt nicht viel, wenn ich das den Politikern sage. Die verstehen das ja sowieso nicht und sagen, das wird eh nicht funktionieren. Wir waren dann auch tatsächlich am Anfang als Spinner bezeichnet, dass wir da mit so Solarmobilen durch die Schweiz gefahren sind, Mitte 80er Jahre. Und trotzdem haben wir eben dann gestartet. Zunächst habe ich ganz alleine gestartet. Im ersten Jahr war ich alleine für meine Kunden, also für diese Tour de Sol Teilnehmer. Und die Sache ist dann immer etwas grösser geworden. Jetzt für diejenigen, die gegen den Individualverkehr sind, also ich bin natürlich auch für Fussgängerzonen und für weniger Autobahnen und so weiter. Aber es wird Verkehr übrig bleiben und der muss elektrisch sein. Und zwar gibt es ein physikalisches Phänomen. Das finde ich schon fast, also ich finde das genial. Der Strom hat eine Eigenschaft, die alle anderen Energieformen nicht haben. Der Strom verbraucht nichts, sondern der benutzt nur Materie. Zum Beispiel eine Kupferleitung. Können Sie tausend Jahre Strom durchlassen, die Kupferleitung ist immer noch da. Wenn Sie eine Batterie in Ihrem Haus haben oder in Ihrem Auto, irgendwann geht sie nicht mehr, aber sie ist noch da. Das ist eigentlich der Kernunterschied von diesen neuen Technologien, warum die so viel effizienter ist. Also Sie brauchen in der Mobilität fünfmal weniger Energie. Sie brauchen auch für die Wärmepumpe fünfmal weniger Energie. Einfach grundsätzlich schon mal. Und das ist eigentlich der ganz grosse Hebel, der hier, also in der Schweiz habe ich es ausgerechnet, alle elektrisch fahren und alle Wärmepumpen statt Ölheizung würde drei Viertel des CO2-Ausstosses reduzieren. Gilt für die Schweiz, wahrscheinlich gilt das auch für Deutschland. Das ist ein riesiger Hebel und das war mein ganzes Leben meine Motivation, an diesem Thema dran zu bleiben. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn das alles so viel effizienter ist, müssen wir kein Erdöl mehr fördern. Wir müssen viel weniger Autos bauen, weil die länger halten. Wenn wir dann die Fussgängerzone auch noch einführen, braucht es noch viel weniger Autos. Die Autos sind dann noch autonom, da brauchen wir noch weniger Autos. Und was bedeutet das? Es gibt immer weniger Arbeitsplätze. Und das merkt man jetzt in den letzten Jahren, wo die E-Mobilität so richtig sichtbar wird, dass das die Politiker nervös macht. Oh, keine Arbeitsplätze mehr. Wie beschäftigen wir denn alle Leute? Und das kommt aus der klassischen Denkweise, aus dem Narrativ, wie wir heute Wirtschaft denken. Wir meinen immer, wir bräuchten einen Arbeitsplatz, damit die Gesellschaft organisiert werden kann. Aber in Tat und Wahrheit ist es eine ganze Kette von Logik, die wir nicht durchschauen. Also wir brauchen einen Arbeitsplatz, damit wir einen Lohn haben, damit wir Geld haben, damit wir schliesslich im Grossverteiler etwas einkaufen oder holen können, ohne dass wir den Grossverteiler überfallen müssen. Und das heisst, wenn wir die Gesellschaft effizienter, produktiver gestalten, dann fehlt plötzlich diese Arbeitsplätze und wir können das nicht mehr an alle Leute verteilen. Also mein Kernanliegen ist, dass wir das umgekehrt denken. Also wir sagen, wir haben jetzt hocheffizient jede Menge Güter produziert. Schaut zum Beispiel mal, wenn ihr das nächste Mal im Grossverteiler seid, geht mal ein bisschen mit anderen Augen da durch und schaut in die Gestelle rein und überlegt mal, wie viele Menschen haben an diesen Produkten gearbeitet. Bei den allermeisten Produkten werdet ihr darauf kommen, das erste Mal, als es ein Mensch in der Hand hatte, war, als es im Grossverteiler ins Gestell gestellt hat. Vorher waren es Automaten, Maschinen und jede Menge Energie, hoffentlich elektrische, aber keine Menschen. Also warum darf ich jetzt diese Sachen im Grossverteiler erst holen, wenn ich eine Riesenmenge Erwerbslohn erarbeitet habe? Das ist doch nicht logisch. Also wir müssen umgekehrt denken, dass wir sagen, wir haben diese Sachen schon alle, die sind schon alle da im Grossverteiler. Und wie verteilen wir jetzt das, ohne dass wir einer Erwerbsarbeit nachgehen müssen? Ich bin nämlich darauf gekommen, dass mein Bestreben mit der, jetzt in meinem Beispiel, in der Mobilität, dass das alles nichts nützt, wenn wir das alles wieder mit Wirtschaftswachstum und so kompensieren, damit wieder alle eine Arbeit haben. Und ich spreche jetzt von diesen 10% Menschen, die heute schon erwähnt worden sind, die in einer Überflussgesellschaft leben. Es gibt natürlich noch ein paar Milliarden Menschen, die in einer Mangelgesellschaft leben. Das ist ein anderes Problem. Aber wir hier leben im Überfluss. Und wir haben es wirklich nicht nötig, dass wir noch von Wachstum sprechen. Das heisst, wir müssen, eigentlich müssen wir Produktivitätsgewinne in unmittelbaren Arbeitsreduktion, und zwar bei reduziertem Lohn, ummünzen. Weil wenn wir etwas produktiver herstellen, kostet es ja auch weniger. Also brauchen wir weniger Lohn, um es nachher zu kaufen. Und damit das gerecht ist, brauchen wir wahrscheinlich so etwas wie ein Grundeinkommen. Aber wir sollten es von diesem Ansatz her überlegen, wie verteilen wir alles gerecht, das eigentlich schon auf der Welt ist. Ja, etwa das wollte ich sagen. Danke. Vielen Dank, Josef Brusser. Ich bitte nun Florian Wacholwiger um seinen Input. Ja, vielen Dank. Ich habe mich in einer Arbeit gemeinsam mit Helmo einige Jahre schon, auch mit Elisabeth, die im Publikum sitzt, mit der Finanzierbarkeit vom bedingungslosen Grundeinkommen beschäftigt, beziehungsweise auch weitergehend mit der Frage, wie soll man es finanzieren, also mit welcher Steuer soll man es finanzieren. Und da kann ich anschließen an beide Vorredner eigentlich. Zum einen, Daniel Heni hat auch schon relativ ausführlich argumentiert für eine sogenannte Konsumsteuer. Du hast es genannt Fußabdruck, also dass der Fußabdruck besteuert wird und nicht die Erwerbsarbeit, also das Einkommen, das man durch, unter anderem Erwerbsarbeit kann das Einkommen natürlich auch anders erzielen, aber hauptsächlich wird es durch Erwerbsarbeit erzielt besteuert wird. Also dass es besser ist, den Konsum zu besteuern, weil das sozusagen der Verbrauch ist und nicht das, was eigentlich gefördert werden sollte, nämlich Erwerbsarbeit. So einen ähnlichen Aspekt habe ich auch beim zweiten Redner gefunden, der mir über gesagt hat, die Schweizer Politiker waren es, glaube ich, die fürchten sich davor, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Und ich würde sagen, unter anderem, nicht nur deswegen, weil das dann ein soziales Problem ist, weil dann alle möglichen Probleme dann mit der Erwerbsarbeitslosigkeit, so muss man ja genau sozusagen sein, sich nach Sicht ziehen, aber auch dahingehend, dass die Einkommenserziehung durch Erwerbsarbeit auch die Grundlage im jetzigen System die Grundlage dafür liefert, dass nachher wieder besteuert werden kann und dass der Staat seine Leistungen finanziert. Also ist es sozusagen im derzeitgültigen System, das ist ja hauptsächlich auf Einkommensbesteuerung basiert, auch notwendig, dass die Arbeitslosigkeit gering ist. Genau, wir haben uns in unserem System, in unserer Arbeit auch, haben uns auch über die Konsumsteuer, sozusagen über die Konsumsteuer gestürzt, weil auch uns die Vorteile der Konsumsteuer eben überzeugender erschienen sind. Einen Aspekt darf ich da vielleicht noch hinzufügen, nämlich der Aspekt, dass bei Einkommensbesteuerung können ja die Einkommen, die Gewinne von Unternehmen beispielsweise, aber auch die Einkommen, in Gebiete verschoben werden, rein rechtlich, wo die Besteuerung nicht so groß ist, in sogenannten Steueroasen beispielsweise. Während man bei einer Konsumsteuer, dann wäre das eher oder leichter möglich, eben den Konsum wirklich, also die Besteuerung, dass die wirklich dort stattfindet, wo auch der Konsum stattfindet. Deswegen Konsumsteuer, und wir haben uns da gedacht, also Modelle durchgerechnet mit Konsumsteuerfinanzierung. Einen Nachteil hat ja die Konsumbesteuerung, die wird ja auch oft zitiert, nämlich, dass sozusagen Personen mit geringerem Einkommen, die verwenden einen höheren Teil ihres Einkommens, wenn nicht das ganze Einkommen für Konsum, und daher ist dann bei der Konsumbesteuerung auch die Besteuerung von niedrigen Einkommen höher als die Besteuerung von hohen Einkommen, wobei das, wenn man es über die Zeit sieht, also wenn man es über mehrere Jahre sieht, möglicherweise auch über mehrere Generationen, dann eigentlich nicht mehr ganz so gegeben ist, weil ja irgendwann das Einkommen dann doch irgendwo in irgendein Konsum oder in irgendein Projekt fließt, wo dann die Besteuerung stattfindet. Aber trotzdem, in einer relativ kurzen Betrachtung ist es so. Deswegen muss man sich bei der Konsumsteuer dann irgendwas überlegen, um die sozial gerechter zu machen, und eine Möglichkeit wäre das Steuerfreibetrag genannt. Man könnte auch sagen, dazu bedingungsloses Grundeinkommen, dass also der Staat ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlt, und dann ist mit der Verteilungsgerechtigkeit eine Frage, die nicht mehr so, also die Verteilungsgerechtigkeit, die Frage ist mehr oder weniger gelöst, muss man schon sagen, weil es ja das Grundeinkommen gibt. Genau, dazu ein paar Simulationsrechnungen. Es gibt einen Aspekt, den ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, was passiert, also die Simulationsrechnungen haben uns damit beschäftigt, wie viel Geld braucht man, um ein Grundeinkommen zu finanzieren, wie groß muss das Volumen des Staates sein, aber noch wichtiger, wie verändern sich dann die Preise, die Konsumgüterpreise, wenn ein Grundeinkommen eingeführt wird, also mehr Einkommen sozusagen bei den, oder die Frage, ob es dann mehr ist, mehr Einkommen in der Bevölkerung ist, und dann mehr Möglichkeiten zum Konsum, und gleichzeitig aber auch die Basis zur Finanzierung des Grundeinkommens irgendwie über Konsumgüterpreise hereingewirtschaftet werden muss, für den Staat sozusagen, also in den Preisen, in den Konsumgüterpreisen müssen dann natürlich genug Volumen sein, dass man den Staat abführen kann, dass dann nachher wieder an die Bürger umverteilt wird. Genau, wie verändern sich dann die Preise und wie verändern sich darauf aufbauend die Realeinkommen? Also haben die Leute dann überhaupt noch was von ihrem Grundeinkommen, beziehungsweise auch ihrem Erwerbseinkommen, wenn dann die Preise sich irgendwie verändern? Genau, das war so der Konnex und ein zentrales Ergebnis ist, es hängt sehr davon ab, wie sich, also wie die Preise und auch die Realeinkommen entwickeln. Eigentlich muss ich genauer sagen, wie sich die Preise entwickeln, weil die Realeinkommen bleiben, haben wir gesehen, in den Rechnungen eh ungefähr gleich, zumindest gesamtwirtschaftlich gesehen, aber wie sich die Preise, die Konsumgüterpreise entwickeln, hängt sehr davon ab, wie sich eigentlich nach einer Grundeinkommenseinführung die Löhne entwickeln. Das sind die Erwerbslöhne für Erwerbsarbeit. Müssen die Unternehmen dann mehr zahlen, weil eben die Arbeitnehmer, die mit einem Grundeinkommen ausgestattet sind, in einer besseren Position sind und deswegen höhere Löhne verlangen können und müssen dann bezahlt werden, wann da noch Arbeit nachgefragt wird und muss das dann dementsprechend auch in Preise übersetzt werden? Oder ist es so, dass das Grundeinkommen sozusagen so befreit, dass man einfach auch bereit ist, möglicherweise für sinnvolle Arbeit für zu niedrigeren Löhnen zu arbeiten? Das bestimmt im Wesentlichen das Preisniveau, das nachher dann in den Konsumgüterpreisen drinnen ist und das ist ein Aspekt, der das Preisniveau bestimmt. Der andere Aspekt ist, wo führt man es denn ein? Führt man es in einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie Österreich ein? Da haben wir eben Simulationsrechnungen dazu. Da ist in den Konsumgütern ein relativ hoher Importgehalt. Muss man sich also dann vorstellen, man führt in Österreich, würde in Österreich ein konsumsteuerfinanziertes Grundeinkommen einführen. Gleichzeitig sind aber in den Konsumgütern, die wir in Österreich beziehen, sehr hohe Importanteile. Auch die österreichische Wirtschaft ist sehr importabhängig. Diese Importanteile, also diese Importzwischengüter, die da drinnen sind, die kommen natürlich aus dem Ausland, wo eben noch kein Grundeinkommen gibt, wo auch die, wo wir angenommen haben in den Simulationen, zumindest da hat sich mal nichts verändert. Oder ist es heimische Produktion, die in Konsumgüter umgesetzt wird? Da ist das Muster, das man dann beobachten kann, ist, dass je höher der Importanteil, desto stärker werden die Preise steigen nach einer Grundeinkommenseinführung. Und, große Frage, wie verändern sich denn die Löhne nach einer Grundeinkommenseinführung? Insgesamt müsste eine Konsumsteuer in etwa, sage ich jetzt mal einfach eine Zahl, wie hoch die sein müsste, die müsste etwa 100% betragen, also 100% Konsumsteuer. Aber die Konsumsteuer würde, das hört sich viel an, aber die Konsumsteuer würde ja alle anderen bisher geltenden Steuern umfassen. 100% Konsumsteuer, dafür keine Einkommensbesteuerung, keine Sozialabgaben und auch keine sonstigen Steuern, die jetzt einfach eingehoben werden, so für bestimmte Zwecke. Und dann 100% Konsumsteuer. In den Preisen, die jetzt gültig sind, also in den Konsummüterpreisen, wenn wir jetzt einkaufen gehen und bei Konsummüter kaufen, sind all diese Steuern, die es jetzt gibt, auch schon enthalten. Es wäre nur einfach irgendwie eine Zusammenfassung der Besteuerung auf eine einzige Steuer. Der Vorteil der Konsumsteuer in dem, im Zusammenhang mit Klima, es ist ja das Thema Grundeinkommen und Klima, Klimaschutz wäre eben die Besteuerung des Fußabdrucks. Man könnte die Konsumsteuer so ausgestalten, dass eben wenn der Fußabdruck jetzt im Sinne von CO2-Emissionen beispielsweise, die enthalten sind in den Konsumgütern, in den Produktionsprozess angefallen sind, dass man also, je höher dieser CO2-Fußabdruck ist, desto höher könnte man beispielsweise die Besteuerung gestalten, desto teurer werden die Produkte. Und es würde dann zu Verschiebungen vom Konsum, von den ressourcenintensiven Produkten hin zu den weniger ressourcenintensiven Produkten kommen. Also, große Frage, wie entwickelt sich das Preisniveau, Importe und heimische Produktion? Insgesamt deuten, aber das Positive ist, insgesamt deuten die Rechnungen darauf hin, dass die Realeinkommen, das heißt also, wie viel Euro sozusagen oder Schweizer Franken jemand an Einkommen verdient, sondern was er sich darum kaufen kann. Im Schnitt müssen die Realeinkommen gleich bleiben. Also, wenn die Löhne höher sind, dann steigen auch die Preise, aber dann sind ja auch höhere Löhne. Da gibt es auch höhere Löhne, das heißt, ein Realeinkommen wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Und die zweite Frage, die wir auch jetzt ganz neu untersucht haben noch, die ist auch schon das eine oder andere Mal aufgetreten heute ist, wie wird sich nach einer Einführung des Grundinkommens die Neigung zur Erwerbsarbeit verändern? Und da habe ich jetzt lustigerweise draußen auf dem Tisch, wo das Spiel ist und auch einige Flyer sind, habe ich von der Schweizer Volksinitiative auch einen Flyer gefunden und da steht es drinnen auch, was würden wir machen? Zwei Prozent würden sicher aufhören zu arbeiten, steht da. Und acht Prozent würden vielleicht eher aufhören mit Erwerbsarbeit. Und ein ganz ähnliches Ergebnis, ich nehme an, das ist auf Basis von einer Befragung, ein ganz ähnliches Ergebnis ist aber auch bei den Simulationsrechnungen herausgekommen. Das Arbeitsangebot würde um zwei Prozent zurückgehen. In den Simulationsrechnungen kommt raus, dass praktisch niemand vollständig mit der Erwerbsarbeit aufhören würde, aber die Erwerbsarbeit reduzieren, sodass es im Schnitt das Erwerbsarbeitsvolumen um zwei Prozent sinken würde, was, würde ich sagen, nicht viel ist. Das soweit zu den Rechnungsergebnissen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Danke vielmals. Ja, gibt es von den Panelisten gleich unmittelbare Rückfragen, Repliken? Ich finde es ja sehr spannend, dass wir hier zwei Unternehmer am Panel haben und einen Volkswirtschaftler. Es ist an sich schon nicht intuitiv, dass Unternehmer für ein Grundeinkommen argumentieren. Ich würde das vielleicht als Warm-up mal so in die Runde werfen. Warum ist ein Unternehmer interessiert, ein bedingungsloses Grundeinkommen voranzubringen? Also, ich habe es vorher versucht, drüber zu bringen. Also, ich bin eigentlich kein klassischer Unternehmer, weil ich habe nicht das Unternehmen gegründet, um ein Unternehmen zu haben, sondern ich wollte etwas Sinnvolles für eine sinnvolle Veränderung bewirken in der Gesellschaft, im Energiesystem jetzt im konkreten Fall. Und ich sehe jetzt einfach, dass das nicht zielführend ist, wenn wir nicht ein paar andere Hebel auch abändern. Also, wir müssen in unserer Überflussgesellschaft wegkommen vom Wachstum. Wir müssen aber dazu auch Methoden erfinden, die dann funktionieren. Also, wir können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt nicht mehr weiter wachsen, weil dann werden eben die, gerade die Untersten, die Ärmsten werden dann die Verlierer sein, weil die dann einfach keinen Job mehr haben. Und nochmals, mein Kernanliegen ist, wir produzieren Güter im Überfluss. Und die Kernfrage ist, wie verteilen wir jetzt diese Güter, ohne dass wir die Leute zwingen, einer Erwerbsarbeit nachzugehen? Das ist ja keine klassische unternehmerische Betrachtung, die volkswirtschaftliche. Die betriebswirtschaftliche ist ja, zumindest erlebe ich das oft so, Naja, wenn die Leute die Möglichkeit haben, Geld zu bekommen, ohne dass ich sie in Wert setze, um mit Marx zu sprechen, dann werden die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Und ich habe ja heute schon Fachkräftemangel. Wo bringe ich denn die Leute her, wenn die alle ein ausreichend hohes, bedingungsloses Grundeinkommen haben? Da ist ja von vielen Unternehmen auch Angst zu spüren. Werde ich überhaupt noch Leute finden? Wird es mein Unternehmen dann noch geben? Wie reagiert man darauf? Um deine Frage zu beantworten als Unternehmen, jetzt bei mir ist es ein Kaffeehaus mit 80 Mitarbeitern, da ist natürlich ganz entscheidend, was ist die Motivation zur Arbeit? Und ein bedingungsloses Grundeinkommen fördert natürlich das Intrinsische zur Arbeit, also die Freiwilligkeit zur Arbeit. Und das ist natürlich total wichtig in der Gastronomie, übrigens auch in der ganzen Pflege- und Care-Arbeit. Stellen Sie sich vor, Sie werden von jemand gepflegt, der das gar nicht tun will. Oder Sie kriegen eben die gastronomische Leistung von jemandem, der das eigentlich gar nicht tun will. Das sind natürlich nicht so gute Gastgeberinnen und Gastgeber. Also das wäre einfach ein Aspekt. Das würde jetzt für das Unternehmen einen großen Vorteil sein. Und vielleicht noch anknüpfend an Josef, ich kann mitgehen bei dem, was du sagst. Nur am Schluss würde ich dann auch wieder versuchen, das positiv zu framen. Nämlich nicht der Verlust der Arbeitsplätze, sondern jeder Arbeitsplatz, der gerade digitalisiert wird, ist ja eigentlich ein Riesengewinn. Das ist nämlich ein Gewinn von neuer, möglicher Arbeitszeit. Und die Welt Josef, die ist noch gar nicht fertig. Die wird weitergebaut und wir brauchen ja neue Tätigkeiten. Wir brauchen die Kreativität der Menschen und neue Ideen und so. Und Menschen, die nur fleissig sind und einfach ihren Job erledigen. Das ist eigentlich das, was wir weniger brauchen. Deshalb würde ich auch diesen Ausgang positiv framen. Also ich sehe es natürlich auch positiv. Und ich kann das nur unterstreichen. Also unsere Mitarbeiter kommen weitgehend, weil ihnen auch das Thema wichtig ist zur Arbeit. Und in der heutigen Welt müssen sie natürlich einen Lohn verdienen. Also das ist natürlich ein Nebenaspekt, der da auch sein muss. Jetzt habe ich was. Es gibt ja oft diese Frage, wenn es ist in deinem Input angeklungen, das Ende der Lohnarbeit kommt. Also wenn die Leute frei sind, eine Gesellschaft freier Menschen, wird dann überhaupt noch die Wirtschaft eines Landes funktionieren können? Kann man so einen Staat organisieren? Also jetzt weiss ich auch wieder, was ich sagen wollte, oder? Also ein zweites grosses Anliegen ist von mir, dass eben gesellschaftlich und letztlich auch wirtschaftlich dann, wenn man es mit einem so etwas Ähnliches wie einem Grundeinkommen löst, dass eben nicht nur die heutige Lohnarbeit quasi ein Wertbeitrag ist an die Gesellschaft, sondern viele andere Tätigkeiten. Also man weiss, dass über 50% der Arbeit eben nicht bezahlt ist heute und die mindestens so wichtig ist wie die bezahlte Arbeit. Und hier möchte ich einen Link anregen, dass man das eben zusammenbringt, dass man sagt, wir werden sozusagen als Gesellschaft viel toleranter, was eigentlich als Beitrag an die Gesellschaft gilt. Also da fangen wir bei den offensichtlichen Sachen, die Erziehungsarbeit und so weiter an, aber auch Leute, die etwas Neues erfinden, die sagen, ich probiere mal was, vielleicht wird es was, vielleicht auch nicht. Der soll auch die Möglichkeit haben, ohne jeden Tag Sorgen zu haben, dass es eben vielleicht wirtschaftlich dann nicht auf Anhieb funktioniert. Also da kann ich auch nur wieder das eigene Erfahrung sagen. Also wir haben, eigentlich bis heute kämpfen wir, dass unsere Firma rentiert, obwohl wir meinen, also wir wenigstens sind die Meinung, wir machen etwas sehr Wichtiges für die Gesellschaft. Aber das muss ums Verrecken rentieren, sonst sind wir tot. Und dann ist es auch vorbei mit dem Idealismus, wenn wir bankrot sind. Ja, danke für dieses Geerdetbleiben. Ja, wir müssen alle schauen, dass sozusagen die Lebensgrundlage immer gewährleistet ist. Aber es ist sozusagen schon entstanden die Frage, was sind die ganzen immateriellen oder nicht bezahlten Vorleistungen, die wir schon erbringen müssen, damit wir überhaupt am Arbeitsmarkt oder rentierlich tätig sein können. Und das wollte ich so ein bisschen zum Ökonomen einmal spielen. Wie geht eigentlich die Volkswirtschaftslehre mit dieser unglaublichen Menge an nicht bezahlter Arbeit um? Wie wird denn das in Anschlag gebracht? Und ist das nicht auch eine Brücke zur Konsumsteuer, weil ja alle, egal ob erwerbstätig oder nicht, konsumieren, Konsumenten sein müssen? Ja, würde ich zustimmen, dass das eine Brücke zur Konsumsteuer ist. Die Volkswirtschaftslehre ist sich natürlich bewusst, dass es neben der Erwerbsarbeit auch die unbezahlte Arbeit gibt. Aber in den volkswirtschaftlichen Indikatoren, die gängig sind, Bruttoinlandsprodukt beispielsweise und das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, ist es überhaupt nicht enthalten. Es hat da auch deswegen vor einiger Zeit, das ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen, auch Bestrebungen gegeben, den zentralen volkswirtschaftlichen Indikator, das Bruttoinlandsprodukt oder das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, zu ersetzen durch einen Indikator, der solche Dinge wie beispielsweise unbezahlte Arbeit, aber auch andere Dinge wie beispielsweise Ressourceneffizienz, ist ja auch im Bruttoinlandsprodukt nicht drinnen, der sowas umfasst. Aber es gibt einfach, es ist natürlich ein komplexerer Indikator, müsste es sein. Und es sind schon ein paar Ideen und es gibt auch, es gibt ein paar solche Indikatoren, aber wirklich durchgesetzt haben sie sich nicht. Aus, weiß ich nicht genau, aus verschiedenen Gründen sicherlich. Ja, ist leider so, dass sozusagen diese Tätigkeiten abseits des Marktes eben nicht wirklich gemessen oder nicht wirklich im System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung drinnen sind. Daniel, du wolltest darauf einsteigen? Nicht direkt, ich würde aber gerne nochmal einen Punkt machen zu diesem Unterschied des Steuergrundsatzes, wenn ich darf. Nämlich, guckt mal, wenn wir die Leistung besteuern, mit der Einkommenssteuer zum Beispiel oder mit den Sozialabgaben, wie schauen wir dann auf den Menschen? Weil ich finde das Entscheidende ja, was machen wir für eine Ansprache an die Menschen? Wie schauen wir auf die Menschen? Und wenn wir sie in ihrem Einkommen, in ihrer Leistung besteuern, dann behandeln wir sie eigentlich als Egoisten, die Menschen. Man sagt, also das, was du leistest, Helmo, du musst ja dann am Ende vom Jahr die Einkommenssteuererklärung machen, was hast du geleistet letztes Jahr? Und dann wirst du dich beginnen, kleinzureden und zu sagen, ja, so viel war es dann auch nicht und du sparst eigentlich bei deiner Leistung und überhaupt vielleicht schon während dem Jahr drückt der Helmo auf die Bremse, weil er denkt, ja nein, ich muss ja irgendwie Steuern sparen, oder? Dabei ist das ja totaler Irrsinn, weil das, was Helmo macht, macht er ja gar nicht für sich selber, sondern das macht er immer für andere. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und wenn man jetzt die Menschen anspricht mit der Konsumsteuer, dann wird dir gefragt, ja, was nimmst du in Anspruch von deinen anderen Menschen, die das für dich geleistet haben? Und was machst du damit? Dann haben wir eine andere Ansprache, dann sprechen wir den Menschen als Initiativmensch an. Was willst du damit tun? Einfaches Beispiel nehmen wir an, entschuldige, wenn es so einfach ist, Helmo kauft ein Brot und ein Stück Käse. Jetzt hat er ja zwei Möglichkeiten, was er damit tun kann. Jetzt bezogen auf die, was die Steuerin anspricht, jetzt kann er ja das einfach aufessen. Dann muss er auch, also das Brot und die Käse, dann muss er auch die Steuer zahlen. Aber er könnte ja auch sagen, nee, ich mache aus dem Sandwich, ich mache aus Brot und Käse Sandwich und verkaufe das weiter. Ich mache einen Mehrwert. Ich mache mehr aus dem Brot, nur dem Brot und nur dem Käse und ich gebe es weiter. Und so spricht einem die Fussabdruckstreuer an. Sie fragt immer, ja, was willst du damit tun? Kannst du damit einen Mehrwert schaffen? Und die Leistungsbesteuerung sagt dem, aha, das ist dein Egoismus und spricht dich in diesem menschlichen Art und Weise des Lebens an. Das möchte ich ein bisschen vertiefen, weil das ist ein, aus meiner Sicht, weit unterschätzter Abwehrreflex gegen das bedingungslose Grundeinkommen, dass viele Leute meinen, also wenn sie das erste Mal davon hören, denken sie, naja, das werden ja irgendwelche Leute bezahlen müssen, von irgendwo muss ja das Geld kommen, denken, weil sie das so gewohnt sind, an höhere Einkommenssteuern und sehen jetzt schon auf ihren Lohnabrechnungen diese großen Abzüge und denken sich, naja, ich finde das aber nicht in Ordnung, dass ich mit meiner Leistung die Freizeit oder die Freiheit von wem anderen finanziere, der soll sich wenigstens anstrengern oder wenigstens dankbar zeigen dafür. Also das ist sozusagen ein Gerechtigkeitsreflex, der, wenn man das so denken würde, die Einführung nicht abgeholt wird und wir diskutieren jetzt sozusagen über diesen Gerechtigkeitsaspekt, dass wenn ich Leistung von anderen für mich in Anspruch nehme, ich nehme also aus der Gesellschaft etwas raus, wenn ich mehr rausnehme, soll ich mehr zahlen. Das wäre doch gerecht, oder? Ja, unbedingt und es ist einfach dumm, die Menschen in ihrer sozialen Leistungsfähigkeit zu bremsen, weil wenn man etwas leistet, also die Arbeit ist das Soziale, weil sonst könnte man und nicht das Arbeitsplätze schaffen, ist das Soziale, das was die Neoliberalen sagen, oder? Weil sonst wäre es ja sozial, wenn ich meinen Müll am Boden liegen lasse, damit jemand endlich einen Arbeitsplatz bekommt, dass er ihn wieder aufwägen kann. Also diese Verdrehung müssen wir mal auf die richtigen Beine stellen. Meinst du es so, Helmut? Ja, also dieser Aspekt, wenn alle etwas bekommen sollen, zum Beispiel ein Grundeinkommen, dann sollen es auch alle zu Wege bringen, zum Beispiel über eine Steuer, die auch wirklich jeder bezahlt. Also das ergibt aus meiner Sicht einen Kreisschluss, aber wir wollen ja über diese Abwehrreflexe reden, weil wenn das so rezipiert würde von der Wirtschaft, wären ja alle dafür und wir stünden kurz vor der Einführung. Wo sind sozusagen die Missverständnisse oder die Glaubensgrundsätze der Wirtschaft, dass ein Grundeinkommen auch nur ansatzweise eine Initiative gegen Arbeit sein könnte? Also ein Reflex ist, dass man, wenn man so schnell darüber hinwegdenkt über diesen Vorschlag, dann sagt man ja, ah, dann steigen die Preise und das war ja auch die Frage von Florian, ja, wie wirkt sich denn das auf das Preisniveau aus? Und wenn man ein bisschen vertiefter das anschaut, kann man schon eine Formel formulieren, wie sich das auswirkt, nämlich werden die Produkte, die von Menschen hergestellt werden, weil sie das wollen und weil sie es sinnvoll finden, die werden im Prinzip im Preis sinken können und Produkte, wo man eigentlich fast niemand findet dafür, weil dann durch die, ihr müsst euch vorstellen, jetzt ist die Freiwilligkeit durch das Grundeinkommen gegeben, oder? Da werden sich ja Menschen nicht für Dinge engagieren, und die sie nicht richtig finden, also werden diese Produkte, die eigentlich niemand sinnvoll findet und die man eigentlich gar nicht gerne machen will, die brauchen dann einen finanziellen Anreiz und dort würde das Preisniveau ansteigen. Also ich weiß nicht, ob du das teilst, diese Formel, die ich jetzt da vorschlage? Ja, im Wesentlichen ist es das, was ich versucht habe zu sagen mit, wie sich das Lohnniveau entwickelt. Ich meine, wir haben es gesamtwirtschaftlich gerechnet, aber wenn man das teilen würde, dann ist es im Wesentlichen genau das, wenn das Lohnniveau irgendwo in einem Produktionsprozess sinken kann, weil eben die Leute, die Arbeitnehmer mit einem Grundeinkommen ausgestattet dann noch sagen, ja, da arbeite ich gern mit und dann ist natürlich auch weniger Lohn in den Preisen drin und umgekehrt würden die Preise dann steigen. Die Brücke zum Josef-Wiederbauen. Stell dir mal vor, eine Firma ist nicht in der Lage, in ausreichendem Maße attraktive Arbeitsplätze anzubieten und muss daher immer höhere Löhne ausloben, damit überhaupt noch Leute auftauchen. Würde das zu mehr Automatisierung führen? Du meinst, es ist bei meiner Firma. Zum Beispiel? Ja, also dieser Trend besteht ja sowieso. Also ich kenne keine Firma, die interessiert ist, so viele Leute wie möglich anzustellen. Das ist nicht, obwohl das dann so verkündet wird, wir schaffen Arbeitsplätze und so, das ist eigentlich ein Betrug. Das will man gar nicht. Das ist eine Notwendigkeit, weil eben doch nicht alles mit Maschinen gemacht werden kann. Aber die Löhne, das ist der absolut höchste Kosten posten und der soll so gering wie möglich sein. Deshalb ist ein sehr starker Drang, nach möglichst viel Energie, möglichst viele Automaten einzusetzen. Das läuft schon seit seit die Webmaschinen-Revolution. Seither läuft das eigentlich schon so in diese Richtung. Deshalb haben wir ja dann auch den Wachstumszwang, weil das fördert massiv die Produktivität, diese Denkweise. Und deshalb müssen wir weiter wachsen, damit dann doch wieder alle beschäftigt sind. Weil der Lohn, ich wiederhole es ein paar Mal, weil ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der wirkt, oder ich kann es nicht richtig rüberbringen, ich weiss es nicht. Aber der Lohn ist eigentlich sozusagen ein Legitimations Instrument, ein Bezugsrecht zu den Gütern, die in der Welt schon sind. und deshalb brauchen wir Arbeitsplätze, damit wir solche Bezugsrechte haben. Und genau hier möchte ich ansetzen, dass wir das anders denken, dass wir sagen, es haben auch andere Leute ein Bezugsrecht, die zum Beispiel Kinder erzogen haben oder die den Dorfverein in Schwung halten und so weiter, die haben genauso ein Bezugsrecht und dann ist plötzlich dieses Arbeitsplatzthema ein Denken wir das anders. Zuerst müssen wir die Dinge anders denken, wovor sie anders werden können. In anderen Worten zu wiederholen, also auf der einen Seite ist es wahrscheinlich überspitzt, aber doch mit einem gewissen Wahrheitsgehalt, dass wenn Unternehmen sagen, wir schaffen so und so viel Arbeit, das in Wirklichkeit nur auf Förderungen von der Politik abzielt, aber in Wirklichkeit steht kein Manager in der Früh auf und fragt, womit kann ich heute Arbeit schaffen. Und die zweite Seite ist, wie kann ich Menschen, wenn ich das ernst nehme mit dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass wir frei geboren sind, also freien Zugang zu Ressourcen, um mein Leben aufrecht zu erhalten, verschaffen. Und da gibt es ja heute nur diese drei Möglichkeiten, wie ich an Geld komme. Entweder ich habe es schon, bin also bei den oberen paar Prozent, ich setze sozusagen meine Arbeitskraft in Wert und das dritte ist, wir bekommen irgendwelche Transfers, also vom Staat, von Sicherungen oder innerfamiliär, sonst, ich meine, Banküberfall, aber das sind Nischenprodukte. also das ist ein weiteres Anliegen von mir, wir sollten weniger über Geld sprechen, weil Geld können wir ganz einfach herstellen, das kostet nicht mal Geld, das ist nur die Nationalbank, die einen Mausklick macht und dann hat es wieder mehr Geld in der Welt. Die Banken haben dann über Kredite noch weitere Möglichkeiten. Was begrenzt ist, sind die Ressourcen, die Umwelt ist begrenzt, also wir wollen doch gemeinsam die Umwelt nicht ruinieren und so weiter oder wir haben begrenzte andere Ressourcen zur Verfügung und das ist das Limitierende und hier müssen wir überlegen, wie wir das gerecht verteilen. Also das heisst, wir müssen auf der einen Seite vor allem auch sehr effektiv einsetzen und nicht verschwenden, so wie das zum Beispiel beim Verbrennungsmotor gemacht wird, wo man mit riesigem Aufwand das aus dem Boden holt, man verbrennt es einmal, nutzt Maximum 20 Prozent und den Rest entsorgt man in die Atmosphäre. Solche Sachen muss man aufhören und das anders machen, das ist das Erste, was man tun muss. Und dann, wenn man einen effizienten und produktiven Weg gefunden hat, überlegen, wie verteilen wir jetzt das an allen. Wenn man so denkt, merkt man auch nicht in Geld und nicht in Arbeitsplätzen denkt, sondern so denkt, dann merkt man auch, dass man mit viel weniger Arbeit ein sehr gutes Leben führen könnte, weil das braucht gar nicht so viel, um gut zu leben und dann muss das Grundeinkommen auch nicht so gross sein, plötzlich. Und ihr merkt, ich rede nie über das Geld. Es geht gar nicht ums Geld. Geld ist so viel da, wie wir wollen. Aber es muss im Gleichgewicht sein mit dem, was wir zu verteilen haben. Also wenn wir natürlich viel mehr Geld machen, als Güter da sind, dann haben wir Inflation und diese Probleme. Aber wir müssen es zuerst von den Ressourcen her denken. Ich würde an dieser Stelle gerne das Publikum einladen, sich zu beteiligen und bräuchte einen Micrunner, weil der David gerade für mich nicht da ist. Würdest du dich bereit erklären? Kann einer von euch vielleicht das Mikro entbehren? Der Erik hat als erstes aufgezeigt, dann hinten der Sepp Kustascher und Lars Werner in der ersten Reihe. Die drei Fragen mal sammeln, bitte. Ja, Erik Manneschmidt aus Frankfurt. Ich habe eine Frage zur Konsumsteuer. Götz Werner hat das ja propagiert, aber er hat, wenn ich ihn nicht völlig falsch verstanden habe, immer nur die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer gemeint. Man kann ja aber auch eine Verbrauchssteuer als Mengensteuer ausführen, so wie die Tabaksteuer oder halt auf den Liter Erdöl eine Abgabe. Das ist von der Lenkungswirkung ja wesentlich sinnvoller, finde ich. Götz Werner und seine Leute haben dann immer gesagt, nein, das ist Knospenfrebel, das wollen wir nicht machen, wir wollen hinten besteuern, nicht vorne. Was meinst du, Daniel, was ist für dich die Konsumsteuer? Ist es eine Mehrwertsteuer nur oder ist es auch eine Mengensteuer? Du hattest den Begriff wirtschaftlicher Fußabdruck in deinem Text, nicht den bekannteren Begriff ökologischer Fußabdruck. Könntest du das nochmal erläutern, bitte? Grundsätzlich bin ich sehr einverstanden, dass man von der Leistungssteuer weg und hin zur Konsumsteuer. Aber ich glaube, es braucht bedeutend mehr. Warum denken wir nicht viel viel stärker nach über die Steuer Progression? Dass die ganzen Reichen einfach mit einer ordentlichen Steuer, wie beispielsweise die Schweden machen, das viel mehr als andere Staaten. Dann die Spekulationssteuer, wie viele ohne Arbeit zu unheimlichem Reichtum kommen. Spekulation wie zum Beispiel die Versubaksteuer wäre eine interessante Geschichte. Transaktionssteuer ist oft diskutiert worden und immer wieder vom Tisch, wäre eine ganz einfache, effektive, wichtige Steuer, damit der Staat auch Einnahmen hat für Sanität, für Bildung und, und, und. Die Vermögens- und Werbschaftsteuer darf auch nicht vergessen werden, weil so werden die Reichen geboren und bleiben reich, die Armen werden arm geboren und bleiben arm. Hallo, danke für die Beiträge. Ich habe immer so ein bisschen so einen Knoten im Kopf, ich kenne mich wirklich nicht aus mit Wirtschaftssteuern und so Kram, so bei Ökosteuer, ist ja dann das Prinzip, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt mit meinem Privatjet rumfliege, dann muss ich dann halt richtig viel Ökosteuer sozusagen bezahlen, das wird dann sozusagen ausgeschüttet als Grundeinkommen sozusagen und da habe ich dann aber immer so, vielleicht könnt ihr da mehr Klarheit schaffen, so einen Knoten oder so ein Gerechtigkeitsreflex auch irgendwie, weil das wird ja heißen, ich kann auch weiterhin mit meinem Privatjet rumballern, wie ich will, wenn ich halt richtig viel Geld habe und wir sehen ja die Ungleichheiten, das Geld fließt nach oben und so weiter, also dann denke ich ja immer, das kann es dann ja auch irgendwie nicht sein, weil dann ist es ja dann trotzdem noch total ungerecht und die Welt wird ja weiter zerstört, weil die Reichen haben ja so viel Geld, die zahlen dann eben mehr sozusagen, also wie geht das da irgendwie zusammen oder ist das dann nur ein erster Schritt, aber wie ist das da mit diesem, ja wenn ich, aber wenn die Leute dann aufhören sozusagen Privatjet zu fliegen, weil es zu krass besteuert ist, dann kriege ich ja wieder zu wenig Geld für mein Grundeinkommen zusammen irgendwie, also da ist bei mir immer so dieser Knoten im Kopf, vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen, danke. Ja super, danke für die Wortmeldungen, wer möchte als erstes antworten, wer fühlt sich berufen? Ja, genau, also Mengensteuer oder sogenannte Wertsteuer, also ich hätte jetzt die Konsumsteuer jetzt grundsätzlich eigentlich als Wertsteuer gesehen, schon so wie eine Mehrwertsteuer jetzt nur eben der höhere Betrag, aber also wenn man es als Fußabdrucksteuer sieht, dann wäre tatsächlich glaube ich die Mengensteuer, also eine Mengensteuerkomponente zielführend, also wir einfach, wenn man schaut in dem Produkt, wie viele Tonnen oder wie viel Kilo CO2 oder Gramm CO2 beispielsweise sind im Produktionsprozess emittiert worden und die werden dann einfach besteuert. Also es ist nicht, glaube ich, jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es eine Konsumsteuer jetzt unbedingt eine Mengensteuer oder unbedingt eine sogenannte Wertsteuer sein muss, sondern es kann kombiniert sein und es kann auch durchaus nur eine Mengensteuer sein. Dann darf ich vielleicht zu dem Aspekt noch was sagen mit den Reichen, mit der Besteuerung der Reichen. Also wenn man glaube ich, das ist glaube ich schon so, wenn man jetzt eine Konsumsteuer favorisiert, dann gibt es einfach diese, dann gibt es ja keine Einkommensbesteuerung mehr, damit auch keine Besteuerung von Reichen, die sich unterscheidet mit der Besteuerung von den Ärmeren, sondern die Fußabdrucksteuer. Reichen die Definition von Reichen wäre ja viel Einkommen, dann muss man irgendeine Einkommenssteuer noch belassen, wenn man jetzt die Reichen gezielt besteuert, außer man macht eine Vermögensbesteuerung, man definiert Reichen als viel Vermögen, aber Vermögensbesteuerung kann man natürlich noch zusätzlich machen. Ja, das wäre dann die Frage, wie definiert man Reichtum, da ist der Ökonom vielleicht anders wie der Mann auf der Straße, aber wollte ich nicht unterbrechen, wenn du fertig bist, Jusis. Genau, das eine noch mit dieser Sache, dass also wenn der Fußabdruck besteuert wird und dann die Reichen sozusagen aufhören, ja, es wird wahrscheinlich, es ist auf jeden Fall, wäre es glaube ich, trotzdem noch ein besseres System wie jetzt, wo eben der Konsum weniger besteuert wird, dass es die ganz perfekte ist, glaube ich auch, es wird dann Leute geben, die es sich immer noch leisten können, mit dem Privatjet, hast du gesagt, das mit dem Privatjet rumzufliegen, aber es werden weniger sein und es wird auch teurer sein für die, natürlich, ein paar wird es dann immer nur geben und das ist dann ungerecht, kann man ungerecht empfinden, aber es ist, trotzdem geht, glaube ich, dann in die richtige Richtung zumindest, dass also die Besteuerung dort dem zuschlägt und dass das auch zur Finanzierung beiträgt, ob es jetzt wirklich das so im großen Ausmaß sich verändert, dass das für die Finanzierung eines Grundeinkommens beispielsweise kritisch ist, glaube ich eher nicht, ich glaube, also ich glaube, dass generell der Eindruck herrscht, wenn ich so mit den Leuten rede, dass es so massenweise Reiche gibt, die auch massenweise wirklich, wo man die Reichen besteuern würde, wo dann Milliarden von Geld, von Euro-Beträgen reinkommen würden, aber das glaube ich eigentlich nicht, sondern also die Besteuerung von den Reichen, die würde natürlich gerecht sein möglicherweise, aber man darf sich da nicht erwarten, weil so viele Reiche gibt es einfach nicht, dass man erwarten könnte, dass jetzt da große Summen bewegt werden könnten. Ja, ich bin nicht grundsätzlich gegen Konsumsteuer oder schon gar nicht gegen eine Umweltsteuer oder so, aber ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass die beiden Sachen einen Haken haben. Einer ist schon erwähnt worden, also bei einer CO2-Steuer zum Beispiel, die muss in den nächsten 20 Jahren komplett verschwinden, weil wir müssen beim CO2 auf Null, also ist nichts mehr da, dass wir besteuern können und wir dürfen nicht die Situation provozieren, dass es dann ähnlich ist wie bei den Arbeitsplätzen, wir brauchen Arbeitsplätze, damit wir konsumieren können, dann heisst es dann, oh, wir dürfen die Benzinauto nicht abschaffen, dann haben wir kein Geld mehr fürs Grundeinkommen, also so eine Situation möchte ich nicht, oder? Das Zweite bei der Konsumsteuer ist meiner Meinung nach folgendes, also ich bin kein Statistiker oder so, aber mein Gefühl sagt mir, dass die Reichen hier zu wenig zur Kasse kommen, die können gar nicht so viel konsumieren, dass sie ihrem Reichtum entsprechend viel Steuern zahlen würden über die Konsumsteuer, also wir brauchen unbedingt weitere Steuern wie eine Grundsteuer oder Grunddividende, wären noch besser, und andere Steuern, die vor allem auch die Reichen treffen. Ja, ich kann mitkommen, aber eigentlich finde ich es ein bisschen müssig, die Diskussion, sie ist so ideologisch geprägt, oder? So quasi die Gerechten, denen, die die Gerechtigkeit so wirklich ein Anliegen ist, oder? Gegen denen, die mehr die Kreativität ein Anliegen, und dann gehen wir da aufeinander los. Ich plädiere für ein schrittweises Vorgehen, natürlich ist die CO2-Steuer, ist eine Übergangssteuer, es ist eine Steuerungssteuer, mit dieser Steuer wollen wir ja steuern, dass das CO2 nicht mehr produziert wird, aber zum Beispiel die Energie wird es immer noch geben, auch die Elektrizität, die du so magst, oder? Und ich will noch ein Beispiel bringen von diesem schrittweisen Vorgehen, und auch dahin kommen, zu sagen, das ist überhaupt nicht eine Utopie, nämlich in Basel, wo ich herkomme, da machen wir das schon, da haben wir einen Stromsparfonds in Basel, und der funktioniert ganz simpel, nämlich, dass die einzelne Kilowattstunde, kriegt einen Aufschlag, also die Kilowattstunde Strom kostet ein bisschen mehr, und dieses Geld wird gesammelt in einen Topf, und von dem Topf wird es ausbezahlt, an die Bevölkerung, in gleichen Teilen, das ist das Prinzip, das ich meine, oder? Dass wir eine Steuer erheben, so dass diejenigen, die viel in Anspruch nehmen, viel beitragen zur Steuer, und dann das, was sie als Grundeinkommen ausbezahlt bekommen, weniger ist, und diejenigen, die bescheiden leben, für die plädierst du ja, die bescheidenen Menschen, die zahlen nicht so viel, tragen nicht so viel zu dieser Steuer bei, sondern bekommen als Grundeinkommen mehr ausbezahlt, das ist übrigens auch die Progression, ich weiss nicht, Sepp, du hast das gesagt, so funktioniert eine progressive Steuer, und die können wir einfach beginnen, im Kleinen, und je mehr das Bewusstsein steigt, ich glaube eben, wir haben eine Bewusstseinskrise, je mehr das Bewusstsein steigt, kann man das sofort erhören, oder? Es ist witzig, dass ihr es wieder erfunden habt, ihr Schweizer, aber wir haben das jetzt auch in Österreich, bei uns heißt das Klimabonus, ist ein, finde ich, sehr schönes Wort für bedingungsloses Grundeinkommen, ist natürlich noch viel zu klein, aber dieselbe Idee, man besteuert CO2-Emissionen und refundiert es an alle pauschal. Jetzt die zweite Q&A-Runde, ich habe schon gesehen, Katja hat das Mikro, dann Ulrich, dann Vicky, und dann... Dankeschön, weil Dani ja das Unideologische hier eingefordert hat, würde ich gerne Bezug nehmen auf das Umweltbundesamt in Deutschland, das ist wirklich der Hort des Unideologischen, frei von irgendwelchen sozialistischen Umtrieben, die sammeln ganz viele Fakten und die haben einfach herausgefunden, dass je reicher ein Haushalt, desto größer ist sein CO2-Fußabdruck. Daraus folgt für mich, wenn man es ernst meint mit der CO2-Reduzierung, muss man auch ran an Reichtumsbegrenzung. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an Florian Wackoplinger, weil da fand ich die Ausführungen zur Steuer etwas verwirrend, wollen Sie überhaupt Reichtum begrenzen oder verbinden Sie mit dem Grundeinkommen überhaupt das Ziel, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter zusammengeht? Ja, zwei Bemerkungen. Eine zu der Feststellung, dass ja bei einer Ökosteuer, wenn man dann erfolgreich ist und die Leute weniger schädlich ist, konsumieren die Steuerbasis gefährdet, da gibt es zwei Antworten drauf. Die erste ist, ich kann die Steuerraten erhöhen, dann ist das Aufkommen gleich und trotzdem ist die Menge geringer, die dann konsumiert wird. Die zweite Antwort ist, ja, wenn wir CO2 erfolgreich ganz wegbekommen haben sollten, dann gibt es noch genug andere Ressourcen auf dieser Welt, wo es auch nicht in Ordnung ist, da zu viel zu verbrauchen und wo wir da ein erhebliches Preisschild draufsetzen müssen. Also das wäre zu diesem Problemkomplex eigentlich die Antwort. Ich wollte aber zu der sozialen Frage, jetzt nicht zu der ökologischen Steuerungsfrage. Wir wollen ja beides zusammenbringen hier. Was sagen? Ja, es bleibt natürlich das Problem, dass Reiche denn auch weiter ökologisch problematische Sachen machen können. Das Problem lösen wir dadurch nicht ganz, aber wir verringern soziale Ungleichheit. Weil Katja hat es eben auch gesagt, Reichere haben höheren Ökofußabdruck, sie kriegen aber nur den gleichen Anteil ausgezahlt, sie sind Nettoverlierer, Ärmere sind Nettogewinner. Ja, das ist aber unsere wissenschaftliche Erkenntnis. Und wir haben eben in dem vergangenen Panel, da haben wir gehört, dass das oft gar nicht so zählt. Also versuchen Sie mal jemanden am Kiosk irgendwo, indem Sie mal darüber ins Gespräch kommen, dass diesen Zusammenhang, bei diesem System würden die Ärmeren unterm Strich gewinnen. Versuchen Sie denen das mal zu erklären. Ich habe als Energieberater viele Gespräche auch über Energiepreise und so weiter. Da wird das schon schwierig. Also da sehe ich ein erhebliches Kommunikationsproblem bei einem Modell, was ich eigentlich wissenschaftlich ganz gut finde. Ich wollte eigentlich nur was sagen zu dem Kollegen, der jetzt leider gerade nicht da ist. Ich glaube, den Knoten im Kopf kann man relativ leicht dadurch lösen, dass man einsieht, dass das Grundeinkommen, egal mit welcher Steuer, nicht die Welt retten wird. Also es wird nicht alle Probleme lösen. Es wird immer noch das Problem geben, dass Reiche einfach mit ihrem Privatjet rumfliegen können und sich leisten können, die Steuer dafür bezahlen. Also das wird nicht alle Probleme lösen. Da müssen wir dann noch zusätzliche Sachen machen. Also Gesetze beschließen, die sagen, man darf halt einfach nicht mit seinem Privatjet rumfliegen und das ganze CO2 in die Luft blasen. Also da werden wir nicht drum herum kommen, dass wir zusätzlich zu einem Grundeinkommen auch noch andere Gesetze und Regeln brauchen, die unsere Gesellschaft dahin formen, wie wir es haben möchten. Es ist nur einfach eine Steuereinnahme, die das Problem zumindest mal ein bisschen besser macht und in die richtige Richtung lenkt, statt in die falsche. Aber es wird nicht alle Probleme lösen. Also wir haben dann immer noch genug zu tun, auch wenn wir ein Grundeinkommen haben. Kurze Antwortrunde und dann nehmen wir noch eine Frage, weil auf der Hälfte wurde noch nie genommen, da hinten der Herr. Aber wer fühlt sich berufen? Ja, deine Frage. Das Grundeinkommen ist ein so großer Umverteilungsmechanismus, und zwar auch hin zu ärmeren Haushalten, dass also die Einkommensverteilung auf jeden Fall begünstigt wird, wenn man ein Grundeinkommen einführt. Das heißt, die Schere, wenn man so will, zwischen den Haushaltsaussendungen mit niedrigen Einkommen und den höheren Einkommen wird jedenfalls geringer. Das heißt, wenn das Grundeinkommen einführt, das ist tendenziell ein Mechanismus, um die Verteilung, die Gleichheit der Einkommensverteilung, die Gleichheit der Einkommen zu begünstigen. Dass Reichtum jetzt deswegen ganz abgeschafft wird, ist die Frage wahrscheinlich nicht, wird es ganz abgeschafft. Aber ich glaube trotzdem, also wenn man es mit Konsumsteuer, mit der ökologischen Komponente hat, dann geht es trotzdem, es geht in die richtige Richtung, und ich glaube auch, dass es durchaus dann, je nachdem, wie die Gönung gestaltet ist, natürlich, dass es dann einen Erlenkungseffekt haben könnte. Also die Reichtumsbegrenzung dahingehend erfolgt, dass eben, wann ich jetzt eben reich bin und eben meine Konsumgewohnheiten nicht ändern will, dass ich dann auch dementsprechend mehr Steuern zahlen muss. Josef, was sagst du, er ist potenziell Betroffener zur Vermögensteuer? Was? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Das war schon gut so. Möchtest du antworten? Das ist schon gut so, ja. Selbstverständlich brauchen wir mehrere Massnahmen, und meine Aussagen sind zum Teil ein bisschen plakativ, aber im Sinn, dass man es besser versteht, was ich meine. Ich wäre übrigens auch eher für gar keine Einkommenssteuer, wie das ja bei einem kleinen Einkommen, würde ich auch bei einem grossen Einkommen keine Einkommenssteuer machen, aber eine Vermögenssteuer grundsätzlich. Weil das kompensiert auch ein hohes Einkommen, oder? Und da kann man auch einen Freibetrag einführen, dann hat man auch die Progression und so weiter. Das ist nur so, mal drüber nachzudenken. Aber ich glaube, die grosse Veränderung, man muss es halt immer wiederholen, ist, wenn wir Wirtschaft anders denken, wir müssen einfach sehen, dass so, wie wir heute Wirtschaft denken, das ist maximum 200 Jahre alt. Und wir müssen uns von dem ein bisschen lösen, das ist die revolutionäre Veränderung durchs Grundeinkommen auch. Und dann kommen wir auch auf noch weitere Ideen als nur gerade das Grundeinkommen in eine Richtung. Es gibt noch andere Methoden, wie man die Gesellschaft anders gestalten könnte. Wir haben noch wenige Minuten bis zur Mittagspause. Ich wollte eine Frage noch nehmen aus dem Publikum und dann ein Abschlussstatement. Die Frage kommt dann zum Schluss. Zuerst ein paar Bemerkungen. Ich habe vor knapp 15 Jahren zu Beginn des Grundeinkommens in der Schweiz aufgezeigt, dass das Grundeinkommen kein zusätzliches Geld braucht, sondern die Geldströme fliessen einfach anders. Und meine Idee dabei war dann, wir haben eine Brunnenstube, heisst das in der Schweiz, vielleicht Wasserschloss in anderen Ländern, die gespeist wird von diversen Finanzströmen, Steuern zum Beispiel. Und die Brunnenstube darf einfach nicht leer werden. Wenn wir dann eine CO2-Steuer haben und sie wird weniger, muss eine andere Quelle gefunden werden. Das ist das eine. Und der Grund dahinter ist, in diesen Gegenden hat jeder Mensch das Recht auf ein Existenzminimum und das ist bezahlt irgendwie. Also es braucht kein zusätzliches Geld. Eine andere Anmerkung wegen der Reduktion der Arbeitsplätze. Esther Wieler hat vor 70 bis jetzt 50 Jahren ungefähr gesagt, 25 Stunden Arbeit per Woche für jeden Erwachsenen, sage ich jetzt mal, ist genug. Und die restliche Zeit wird sozial verwendet. Und damit ist angesprochen, was auch gesagt worden ist, es werden gleich viele Stunden unbezahlt geleistet, wie bezahlt geleistet werden. Jedenfalls in der Schweiz. Dann ressourcengerecht verteilen. Es wird jeweils gesagt, Mutter Erde stellt eben keine Rechnung für diese Ressourcen, die wir verbrauchen. Ausser, was wir jetzt sehen, das Klima geht kaputt, weil wir eben die Ressourcen verwenden. Also wir müssen das überlegen. Jetzt mache ich eine bösere Bemerkung. Die Welt würde auch funktionieren ohne die menschliche Tätigkeit. Also wir brauchten eigentlich nicht so viel zu tun und wir würden trotzdem existieren und wir machen einfach zu viel. Das heißt, wir verwenden zu viele Ressourcen. Und dann komme ich noch zu der Frage an den Daniel. Eben der Fussabdruck. Wie wäre der zu definieren? Denn zum Beispiel ein Herr Blocher, der verdient jedes Jahr 300 Millionen, indem er auf dem Kanapé liegt und vielleicht noch mit der Schere den Rasen schneidet. Er braucht nichts zu tun, ausser einen Vermögensverwalter anzustellen. Also irgendwie müssten wir das berücksichtigen in diesem Fussabdruck. Auch wenn er nichts anderes tut, nicht Auto fährt, nicht mit Benzin, nicht mit Elektro, sondern einfach da ist. Fragen? Danke für die Publikumsrunde. Wir werden das jetzt abbinden hier am Panel. Und Daniel, da du direkt angesprochen wurdest, vielleicht die Beantwortung und ein Abschlussstatement. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Ich fand es sehr spannend. Und anregend der letzte Beitrag war jetzt ein bisschen kulturpessibistisch. Ich will noch sagen, Vermögensteuer, also ich bin nicht dagegen, wenn das die Mehrheit will. Aber ich will euch darauf aufmerksam machen. Das ist reine Kosmetik. In der Schweiz gibt es eine Vermögenssteuer. Das ist so gering, oder? Katja könnte noch erläutern, wie das in Deutschland ist, ob es die dort gibt und wenn, warum sie so klein ist, etc. Also das. Und deshalb würde ich jetzt so als Ausblick nochmal sagen wollen, ich würde gerne einen Schritt weiter gehen. und nicht mehr, also wir sind uns ja einig, so ein Grundeinkommen wäre gar nicht schlecht. Das wäre wahrscheinlich auch unter dem Gesichtspunkt von Klimaschutz eine sehr gute Sache. Deshalb versammeln wir uns hier. Und jetzt würde ich eigentlich gerne weitergehen und dann nicht eine Finanzierung suchen für dieses Grundeinkommen und wir schlagen uns unsere ideologischen Köpfe dabei zusammen, sondern ich würde eigentlich gerne weitergehen. Und so ist eigentlich das, was ich vorgestellt habe, angesetzt, dass wir jetzt nicht ein Grundeinkommen wollen und dazu eine Finanzierung suchen, sondern dass wir eigentlich aufs Ganze gehen und überhaupt verstehen, was ist denn überhaupt Wirtschaft? Und eben auf diesen Grundgedanken oder diese Grunderkenntnis kommen, A, die Arbeit ist das Soziale, das ist das, was Wirtschaft, Eno Schmidt wird heute Abend noch sprechen, er nennt, Wirtschaft ist strukturell die Kathedrale der Nächstenliebe. Nur, das ist uns nicht bewusst und wir verhalten uns die ganze Zeit auf eine andere Weise. Also ich würde gerne diesen Sprung wagen, aufs Ganze zu gehen und im Steuergrundsatz den richtig zu legen für das 21. Jahrhundert, das bedingungslose Grundeinkommen ist, eine logische Folge davon. Und dann wären wir auf einem anderen Niveau der Debatte und das mit der Gerechtigkeit würde sich dann fügen. Vielen Dank. Ja, ich kann mich hier nur anschliessen und vielleicht ergänzen, dass man sich bewusst macht, wie Produkte eigentlich entstehen. Die entstehen eben aus dem kleinsten Teil des Arbeit, sondern die entstehen ganz viel aus Erfahrung, schon von unseren Vorgenerationen. sie entstehen durch Forschung, sie entstehen durch eben sehr viele Ressourcen und Energie. Also man weiss zum Beispiel, dass das Telefon, das jetzt jeder in der Tasche hat, das wäre ohne Forschung, wäre das nie auf der Welt. Das hat nicht der Steve Jobs oder wie er heisst erfunden. Er hat nur das, was an Schulen und Universitäten und so weiter schon alles entwickelt, wurde neu zusammengestellt. Also das heisst, die Produkte eben entstehen nicht nur aus Arbeit. Das ist ganz wichtig. Und diese Denkweise muss man mal überdenken. Ja, als Schlusswort, also wer hat das, was du gesagt hast, ganz gut gefallen, wie hole ich es nochmal und füge da noch ein bisschen was dazu, nämlich, dass das Grundeinkommen nicht jetzt alle Probleme lösen wird. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ich glaube auch im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit beispielsweise. Fast noch wichtiger finde ich, dass wir als Gesellschaft, glaube ich, dann uns leisten können, experimentierfreudiger zu sein. Das ist, glaube ich, noch ein größeres, naja, die Frage, ob es noch ein größeres oder ein gleich großes Plus ist wie die Begünstigung der Einkommensgleichheit. Aber das sehe ich als wesentlicher Vorteil. Und sicher, ich habe jetzt für die Konsumsteuer argumentiert, aber ich glaube, es ist nicht ganz so entscheidend, wie die Finanzierung jetzt konkret erfolgt, ob es ein Mix aus Steuern ist, ob es, also die Fußabdrucksteuer natürlich sehr große Vorteile, aber es könnte auch ein Mix mit anderen Steuern sein oder die Fußabdruckkomponente ein bisschen geringer ausfallen. Glaube ich, ist nicht ganz so entscheidend. Dann möchte ich mich bei dem Panel bedanken und ich hatte die Befürchtung, wenn wir da so die ökonomische Dimension betrachten, dass das ziemlich trocken werden kann. Ich bin ja da ganz anders. Ich versuche, also ich sehe Steuern total spannend und möchte noch einen Satz sozusagen ins Publikum werfen, bevor wir in die Mittagspause gehen, der mir so die Augen geöffnet hat, weil Steuern sind ein gesellschaftliches Teilungsverfahren. Und es geht eigentlich bei unserem Kongress hier und ganz generell bei einer gerechten Transformation darum, dass wir in unserem Steuersystem alle gut abbilden. Uns als Individuen, uns als Gesellschaft, die die Rahmenbedingungen herstellt, in denen wir leben und das wurde immer zu klein gesehen und ausgeblendet, die ganze Erde, auf der wir leben. Wir müssen teilen mit diesen drei Sphären und sind dabei, das zu schaffen. Ich möchte mich bedanken für die hohe Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Applaus